Hallo, ich bin Philipp Haas von InvestorSearchTV und in diesem Video geht es um eine kleinere Aktie, die aber vielleicht für den einen oder anderen nicht nur als Investor interessant sein könnte, sondern auch als Kunde. Aber nochmal ganz klar der Hinweis, ich bin hier investiert und daraus können sich Interessenskonflikte ergeben, da ich die Aktie sowohl privat als auch in meinen Wikifolios habe, die auch in der Beschreibung verlinkt sind, wo man das auch einsehen kann. Um welche Aktie geht es? Es ist Delticom, es war ein ganz ganz großer Wertvernichter die letzten 10 Jahre, die eine sehr sehr schlechte Übernahme oder mehrere gemacht im Food-E-Commerce-Bereich, aber sind immer noch Europas größter E-Commerce-Händler von Autoreifen. Also wenn ihr neue Autoreifen braucht, ich habe es selber genutzt, dann ist das ein guter Anbieter. In Deutschland sind sie aktiv mit den Marken Reifendirekt, Tirendo, 1, 2, 3 Reifen, haben aber insgesamt glaube ich 100 oder 200 Webseiten für verschiedene Länder und Zielgruppen, vielleicht ein bisschen zu viel, aber dadurch sind sie halt auch relativ breit aufgestellt. Und der große Wettbewerbsvorteil, den sie immer noch haben, auch wenn das Produkt und die Webseite in der Vergangenheit wirklich relativ schlecht war, hat sich verbessert, sind die Partnerschaften mit den Vertragswertstätten. Also man kann sich einen Reifen aussuchen und den dann direkt zur Werkstatt liefern lassen und die ziehen den dann auf. Die Werkstatt kriegt dadurch halt einen neuen Kunden und als Kunde muss man nicht die überteuerten Autoreifenpreise zahlen, wenn man einfach so in die Werkstatt reingeht. Da berechnen die natürlich nicht nur den Service, sondern natürlich haben die auch eine Marge mit den Reifen, die sie einem da verkaufen. Also das macht schon Sinn. Die Vertragspartner machen das schon lange mit, weil sie halt auch einen neuen Kunden bekommen und wie gesagt, ich habe es genutzt, hat funktioniert, fand ich nicht schlecht. Gibt natürlich relativ viel Preistransparenz, aber man ist gut SEO-mäßig positioniert. Also wenn man zum Beispiel Reifen online kaufen sucht, was zum Beispiel bei mir so, Reifen direkt ist auf Platz 1 bei der bezahlten Suche, aber auch Platz 1 auf der SEO-Suche und dadurch kriegt man natürlich viel Traffic. Wird nicht bei allen Suchwörtern und Ländern so sein, aber da kriegt man natürlich ordentlich auch umsonst Leute, die es kaufen, was natürlich auch was wert ist, bevor man eine Marke aufbaut. Vom Markt, Reifenmarkt ist natürlich nicht gigantisch groß, aber der Online-Anteil soll immer noch so um die 15% sein. Selbst wenn es 20% jetzt sind, glaube ich, besteht da schon Raum für Wachstum, weil es eigentlich ein Produkt ist, was wirklich Sinn macht, es online sich auszusuchen, Preise zu vergleichen und dann sich entweder die selber aufziehen oder direkt halt zur Vertragswertschaft liefern lassen. Da kann man was sparen, hat mehr Auswahl, finde ich nicht schlecht. Langfristig kann natürlich, wenn es die Klimawärmung kommt, mal weniger Winterreifen braucht es nicht so gut und auch wir haben zum Beispiel ganz Jahresreifen, ist eine subjektive Sache, aber ich habe keine Lust, irgendwie zweimal im Jahr das Auto irgendwo hinzufahren und dann immer die Reifen zu wechseln und bin damit sehr zufrieden. Klar kann man sagen, der Abrieb ist das Gleiche, trotzdem würde ich sagen, vergringert es den Markt ein bisschen und auch ganz Jahresreifen haben zuletzt stärker zugelegt, während Sommer- und Winterreifen eher abgebaut haben. Vor allem halt im Corona-Jahr, wenn die Leute alle zu Hause waren, weniger Auto gefahren sind, kauft man natürlich auch weniger Reifen. Da gibt es aber gewisse Aufholeffekte, die werden wir, glaube ich, in 2021 sehen und was wir, glaube ich, auch sehen, die Autos boomen, ja, die Leute kaufen sich wieder neue Autos. Einerseits vielleicht durch Corona-Angst, andererseits man will sich was gönnen und davon sollten sie dann auch profitieren, weil dann brauchen wir Winterreifen oder nach drei, vier Jahren sind die auch abgefahren. Also sie verdienen halt in dieser Ersatz nach Frage und man ist halt in ganz Europa aktiv, hat bei allen möglichen Anbietern auf seiner Plattform, hat auch sogar eigene Marken, was man, denke ich, ausbauen sollte. Ja, weil die Margen waren in der Vergangenheit wirklich sehr, sehr schlecht. Einerseits, weil sie halt dieses Food-Bereich zugekauft haben, das war hochdefizitär und auch in Frankreich irgendwie ein Gebrauchtwagenportal hatten. Das hat alles nicht funktioniert. Das Kerngeschäft hat funktioniert, aber auch da sind die Margen ein, zwei Prozent. Das kann man sicherlich noch ein bisschen ausbauen, vor allem, wenn man halt Eigenmarken hat. Meiner Meinung nach hätten sie eher Richtung Autoteile gehen sollen, wie es zum Beispiel Autodoc macht, die jetzt irgendwie auch eine Milchharde oder so wert sein sollen, indem die halt einfach so Autoteile verkaufen, auch viel unter eigener Marke. Das hätte man eher machen können, könnte man immer noch machen. Und diese schlechten Übernahmeentwicklungen ist auch dem Gründertum, um Andreas Prüfer und Binder zuzurechnen. Also sie haben einerseits einen guten Job gemacht, die Firma aufzubauen, aber sie sind, glaube ich, halt eher so die reifen Experten und weniger so die Online-Experten und Strategen. Das muss man, sicherlich gibt es da Abzüge im Management, aber zuletzt hat man da, glaube ich, jetzt auch die richtigen Entscheidungen getroffen, dass man sich auf das Kerngeschäft fokussiert. Vielleicht sollte man noch mehr eine einzelne Marke aufbauen, dass man nicht diese Multimarken-Strategie hat, dass wirklich der Kunde weiß, okay, ich gehe immer zu Reifen direkt, weil es günstiger ist und das ist die Marke dafür. So würde ich es vielleicht machen, aber ist natürlich auch ein bisschen historisch gewachsen, wenn man Tirendo teuer dazu gekauft hat. Tut man sich natürlich schwer, das einfach so abzudrehen und ähnlich wie über Mediamarkt und Saturn kann natürlich auch ein Vorteil sein, dass man da so einen Pseudo-Wettbewerb befeuern kann. Die Firma erscheint auf den ersten Blick sehr günstig, Marktversicherung ist nur so 130 Millionen, aber noch nicht vergessen, sie haben relativ viel Schulden und auch ein niedriges Eigenkapital. Jetzt haben sie eine Kapitalerhöhung gemacht, so 7 Euro, das sollte ein bisschen Luft verschaffen und auch die Abschreibung auf diese Zukäufe, die sollten auslaufen und auch diese Einmalbelastung aus der Strukturierung, da kann dann an 21 und 22 dann wirklich ordentlich mehr Gewinn da sein. Wir sehen in 19 war es noch wirklich furchtbar mit dem Netto-Result. Jetzt trotz Corona waren wir schon profitabel. Ich glaube, man braucht nicht viel Fantasie, dass es da in 21 noch mal ein paar Millionen hochgeht, gerade weil diese Aufholnachfrage kommt und dann vielleicht in 22, wenn dann auch die Restrukturierung noch mehr greift, dass da auch mal wieder 15, 20 Millionen an Gewinn stehen könnten. Das ist durchaus vorstellbar. Wir sehen hier diesen Chart von Aktienguide. Findet ihr auch einen Link in der Beschreibung zu Aktienguide, wo man sich über so Aktien informieren kann. Ist wirklich jetzt ein Tool aus Deutschland, was ich nutze, wo sich auch der Stefan Waldhauser mit involviert ist, mit dem ich auch schon Interviews gemacht habe. Werde ich auch noch mal vorstellen, aber auch in der Beschreibung verlinkt. Da seht ihr, die Aktie war schon mal deutlich teurer vom KGV. Selbst jetzt auf den relativ schlechten Zahlen ist man im KGV unter 20 und das sollte jetzt einerseits operativ besser werden, aber auch von den Abschreibungen. Und dass sowas nicht komplett utopisch ist, dass so eine Aktie sich auch noch mal verdoppeln kann, zeigt, die stand auch schon mal bei 80 Euro. Wir haben hier den Marktführer bei Reifen in Europa. Die Konkurrenz nimmt vielleicht auch mal wieder ein bisschen ab, weil das ist auch nicht so das Kerngeschäft von Amazon oder sowas. Irgendwelche Partnerschaften mit Vertragswerkschaften. Das ist schon ein Unterschied, als wenn ich mir jetzt irgendwie einen Laptop oder so bestelle. Aber es zeigt halt auch, dass viel falsch gemacht worden ist und die Hoffnung ist, dass es jetzt da auf dem richtigen Weg ist. Trotzdem, es ist für mich kein Qualitätsunternehmen. Auch gibt es eher durchschnittliche Noten auf der kulturellen Seite, weil da wirklich schlechte Entscheidungen getroffen worden sind. Trotzdem, es ist ein E-Commerce-Anbieter. Ein 15er KGV kann man da zahlen. Wenn sie ein, zwei Jahre wachsen, denke ich auch ein bisschen mehr. Und die Schätzungen jetzt fürs nächste Jahr oder für 2022 bei Unvista sind 1,34. Das ist vielleicht ein bisschen optimistisch, aber selbst wenn wir jetzt mal 1 Euro annehmen, sie haben ja zuletzt 55 Cent. Das ist, glaube ich, was man wirklich wohlfühlen würde. Wenn man trotzdem beim einstelligen KGV für einen Online-Player Aktie, wie gesagt, hat keine große Marktkapitalisierung. Deswegen muss man da auch limitiert ordern und ein bisschen vorsichtig sein. Trotzdem erscheint es jetzt nicht teuer in dem aktuellen Marktumfeld. Und könnte auch mal was sein für einen Strategen oder für einen Private Equity Firma. Weil ich glaube, da kann man operativ schon noch mehr heben. Gerade wenn man dieses Autoteile-Segment geht, bevor ich mir da irgendeine Milliarde für irgendein Startup zahle. Da sind die Bewertungen ganzen Online-Autos sehr durch die Decke gegangen. Und man hat ja schon viele Kundenbeziehungen von Leuten, die Autos fahren. Da kann man, glaube ich, noch einiges machen, wenn man das noch professioneller managen würde. Aber aktuell sind sie trotzdem schon, glaube ich, auf keinem schlechten Weg und haben zumindest für die nächsten 1,5 Jahre, glaube ich, auch ein bisschen Rückenwind durch den Markt. Das war also meine Meinung zu Delticom, wo ich investiert bin, die ich mir jetzt nach dem Research für dieses Video auch nochmal ein bisschen was gekauft habe. Aber es ist eine kleine Aktie und hier muss man auch den Hinweis geben, wegen den Schulden gibt es jedoch auch eine realistische Chance auf einen Totalverlust. Das kann man hier anders als vielleicht jetzt irgendwie bei einer Alphabet, wo man das vielleicht nicht ausschließen kann. Aber es ist natürlich eine andere Kategorie, das sollte man wissen. Gerne kommentieren. Habt ihr schon mal als Kunde genutzt? Was wären noch weitere Konkurrenten? Was ist eure Meinung dazu? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.